Die Dachstein-Dialoge 2024, ein Festival für Toleranz, wurden am 27. September 2024 mit großem Erfolg in Ramsau am Dachstein eröffnet. Unter dem Motto Zerrissene Jahre brachte das Festival Menschen aus unterschiedlichen Lebenswelten zusammen und schaffte Raum für den Dialog über Toleranz, Demokratie und gesellschaftlichen Zusammenhalt. Heute ist der Start des Festivals der Toleranz. So ist eigentlich der Übertitel die Dachstein-Dialoge. Gehen dort ums einfach miteinander. Und das erkennt man dann eh an den Vorträgen, auch an dem kulturellen Angebot, was das bedeuten sollte. Und um das wird es auch gehen die nächsten drei Tage. Toleranz ist ein wichtiges Thema. Toleranz ist ein Thema in einer Welt voller Kriege, in einer Welt mit gespaltenen Gesellschaften. Das ist eines der allerwichtigsten Sachen. Eröffnet wurde das Kulturfestival mit einer Zusammenkunft in der Evangelischen Kirche in der Ramsau. Die Dachstein-Dialoge basieren grundsätzlich auf dem Projekt Toleranzberg, das wir in Vilsmoos vor drei, vier Jahren mit dem Kameradschaftsbund gemacht haben und darauf aufbauend haben wir gesagt, das betrifft aber auch die anderen Gemeinden rund um den Dachstein. Und deswegen ist es uns so wichtig, weil das Wort Toleranz, glaube ich, eine große Bedeutung hat und immer mehr an Bedeutung gewinnt. Weil man ja sieht, was in der Welt los ist und an dem Wort Toleranz kann man sich ja auch immer wieder selber vielleicht erwischen oder vielleicht einmal darüber nachdenken, ist man tolerant oder ist man intolerant oder was bedeutet das Wort für jeden Einzelnen. Die Region rund um den Dachstein ist historisch geprägt von den Konflikten früherer Zeiten, die eine jahrhundertelange Spaltung zwischen Katholiken und Protestanten zur Folge hatte. Diese geschichtliche Erfahrung diente als Grundlage für das Festival und brachte dadurch internationale Künstler, renommierte Redner und ein vielfältiges Publikum zusammen, um über gesellschaftliche und politische Themen zu diskutieren. Und wir haben nämlich auch interessanterweise ganz tolle Sprecher und Sprecherinnen da, zum Beispiel die Mega Malhotra aus Indien, die uns ganz Großartiges von ihrem Projekt berichten wird in Form eines Kamingesprächs. Wir haben den Michael Kohlmeier da, der als Autor weit über die Grenzen Österreichs hinaus bekannt ist. Wir haben Philipp Blondau, Historiker und Philosoph, der auch weiß und eigentlich gut zu formulieren weiß, was so die Themen der Welt sind. Mittels dem offenen Ansprechen eines vermeintlichen Tabuthemas unterstreicht man, dass gerade in Zeiten der Polarisierung und der gesellschaftlichen Spaltung der Dialog und das Streben nach Toleranz von zentraler Bedeutung sind. Jeder kann etwas tun und es muss nicht die großen Dinge bewegen, man muss nicht die Weltpolitik reparieren oder die Umwelt, aber man kann etwas Kleines tun für sich, für andere und damit wird das Leben ein ganz klein bisschen schöner. Die Tachstein Dialoge waren ein beeindruckendes Festival, das durch hochkarätige Vorträge, künstlerische Darbietungen und offene Diskussionen den Austausch über die wichtigen Themen unserer Zeit förderte. Sie zeigten, dass Dialog und Toleranz in einer komplexen Welt mehr denn je von zentraler Bedeutung sind. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017